Ich bin sehr froh, dass du das jetzt nochmal so ausgeführt hast, weil ich wollte vorher schon sagen, aber ich weiß gar nicht, ob es so eloquent gewesen wäre, es geht einfach nicht darum, dass du blind deine Zeit erfüllst und einfach sagen kannst, du hast jetzt acht Stunden gearbeitet, du hast zehn Stunden gearbeitet, sondern es geht einfach darum, wie effektiv kannst du deine Zeit nutzen und kannst du einfach und, und ich wollte sagen, als Rechtfertigung, wenn du dich sozusagen vorgesetzten oder wem auch immer oder dir auch dem Team zum Beispiel gegenüber rechtfertigen musst, dann kannst du einfach sagen, naja, sorry, Leute, aber das Ergebnis zählt halt doch am Ende des Tages und nicht wer am längsten da im Büro gesessen ist und das Licht abgedreht hat. Also ich glaube, wenn man dieses Mindset einmal kreieren kann, zu sagen, wir sind ein ergebnisorientiertes Business in dem, was wir da treiben, dann ist es einfach, glaube ich, viel leichter und dann ist auch das Verständnis hin, wie klarer, wir müssen frisch sein in der Arbeit, wir müssen gute Lösungen bringen, wir müssen durchdachte Lösungen bringen und niemand hat was davon. Wenn du die halbe Nacht durchgearbeitet hast und dann sieht es mal zwei Wochen und bessern die Fehler wieder aus, die du da gedanklich sozusagen aufgebaut hast, weil du einfach nicht mehr frisch warst und, 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 und weil du halt vielleicht auch dreimal so lange gebraucht hast, weil du nicht mehr frisch warst. Also es gibt am Ende des Tages ganz viele, ganz viele Nachteile und auch, was ja schon ausgiebigst beforscht ist, aus der Industrie heraus, und ich glaube, es lässt sich eins zu eins auf den Wissensarbeiter umlegen, dass der Grund, einer der Hauptgründe, warum die Arbeitszeit, von Arbeitern in der Industrie immer weiter runterging in Richtung dieser aktuellen, teilweise unter 40, aber rund um 40 Stunden, ist einfach Effektivität, weil auch dort dasselbe Problem war, die produzieren nur mehr Ausschuss hintenrum. Wenn du einfach 80 Stunden die Woche arbeitest, was in, weiß ich nicht, vor 100 Jahren oder ein bisschen länger durchaus gang und gäbe war, dann ist einfach hintenrum die Arbeit einfach schlecht. Und dann kannst du Sachen nehmen und hast Ausschuss und hin und her. Das bringt niemandem was, wenn du das tust. Das ist viel intelligenter, die kommen in der Früh rein, sind frisch, arbeiten ihre Sachen ab, bis sie am Abend halt nicht mehr so frisch sind und dann gehen sie wieder. Und am nächsten Tag passiert dasselbe wieder. Wenn du einfach eine komplette Nacht durchgemacht hast, ist der nächste Tag, so toll kann es sogar nicht sein, einfach nicht dasselbe. Also, wenn du einfach eine komplette Nacht durchgemacht hast, ist der nächste Tag.